Da will ich noch nicht durch. Cool ja. Wandenbier oder zu Zunzeinheit? Und ein Wandschrank. Ja. So, weiter geht's. Haben will. Ach, du kannst jetzt auch schießen, stimmt ja. Hier ist übrigens momentan überladen, ne? Soll ich nur mal kurz anmerken. Echt? Deswegen so viel Schaden, ja. Weil wenn sie nicht überladen, das macht ihr recht wenig Schaden. Ja, aber sag halt Bescheid, wenn du... Normalerweise schießt er nämlich nie, deswegen verwende ich hier meine ganzen Schüsse und... Pottenby Station Mall in Haidee. A trial to incorporation in Function Consumer Concepts Division. Nice. Die Übungszeichen, wie dein Roboter. Mep, mep, mep. Eine perfekte Pistole. Aber halt nicht abgegradet, also... Unload. Weckschmeiß. Ich sollte mal was Cola und Saft und so weiter trinken. Kommst du? Ich bin schon da. Nein, spring run. Oder Ruhe. Was aber. Ich bin schon mal. Warum bringen so ein Aufladegerät? Hier bist du schon wieder leer. Ja, wenn er mit stärkeren Schüssen schießt. Ansonsten, ja, geh ich halt wieder auf. Mal. Hier oben ist noch so ein Vieh, ne? Hä? Wo bist du? Ich bin hier. Ach so. Ich höre dich noch grad, wo ich langlaufen will, weil hier über diese Viecher sind. Ja, ist egal. Oh, das ist noch einer. Terrible 1, defekte. Komm mal kurz, ich hab... Hab ich doch... Ich hab ein EP-Granauter, wenn's sein soll. Jo. Bin leer. Nice. Kommt da noch einer? Klingt so. Aber ich sehe keinen. Über uns wahrscheinlich. Wirklich, ja. Aber verdammt viele. Digimedia... Oh. Was, wo bist du? Äh... Hier im Laden. Ganz viel Zeitung. Und blinkende Zeitung. E-Book. Aber ein paar von den Bildern sind ja neu, ne? Ja. Erkennen bei einer, äh... Auflösung. Eben. Ich versuche zu lesen, was da teilweise steht. Ich geh aber zu schnell. Ja. 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 Lauf halt nicht weg. Hast du schon aufgenommen. Okay. Oh. Äh... Ach, kein Platz. Okay. Also, dann gebe ich dir mal Kram. Je nachdem, was du mir geben willst, natürlich nur. Diesen Kram und diesen Kram. Den Kram auch. Ich schieße nach dem Standard. Den Kram kriegst du sowieso. Und ich glaube, das war's. Nein, den Kram kriegst du auch noch. Nice. Was? Wo sind denn die ganzen Viecher? Ach, da. Okay, einen Pegel kann ich noch nicht aufnehmen. Hör auf. Aber klar, wir spielen. Das klingt aber eben dämlich. Ja. E-Piano halt. Ja. Bonne chance, Longe. Ach. Ach Mist. Ich bin so vielen ausgewichen und dann hat mich einer doch noch getroffen. Egal, ist ja nicht lang. Und jetzt brauchen wir noch sechs Kapalores. Äh, huch. Nein, hier waren wir nicht. Wo sind wir lang? Wir sind da lang. Richtig, ja. Nervös. Hier lang? Hier war auch noch nicht. Lock. Ja, da ist noch einer. Ja, da ist noch einer. Wo ist denn hin? Hier oben ist noch eine Kamera. Kloppen. Gut, ich habe Upgrade-Inhalten gefunden. Da sollten wir auch reingehen, weil ich glaube, das ist der einzige sichere Ort momentan. Ja, was brauche ich denn hier? Oh, Psi-Amp, 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 Psi-Amp. Was wo? Im Kerl. Immer noch. Perfekt. Sechs Upgrade-Module. Das bringt mir gar nichts. Nike werfen auf sechs. Geht das? Ach, ich habe immer noch fünf Tafeln Schokolade. Oder? Weiß hinweg auf sechs. Ja, auf sechs. Ba. Gut, da habe ich noch einen da nicht übrig. Äh, Upgrade-Modul. Hoffentlich war es das wert. Oh, look. Tiny. Oh, da, b- Ah, ich habe die Kamera gefunden, auf jeden Fall. Okay, das kommt nicht. Ne. Shit. hier drin jetzt habe ich ja die bisher mit gar nicht nur lahm aufhalten weil ich damit mal bin ich gerade weil ich meine hier sind die ich noch so schon mies genug wenn wir dazu jetzt auch noch danke wenn wir dazu jetzt auch noch die extra du hörst es ja ich glaube ja da kann wir ja da geht genau ich habe mich auch getroffen toll danke an sie die dinge halt nicht die diskomusik hat sich grad verdoppelt und klingt extrem scheiße nicht bei mir bei mir aber schon weil die erste getriggert hat als du rein bist bei mir also noch mal raus läuft wieder ja mal auf bitte was denn deswegen war noch so ein ding ok an der richtung ich weiß ich habe nur meine waffen gerade haben wir ja schon nach voice output malfunction da stand irgendwas hier da die log hat ein problem ja voice output malfunction genau und der typ sagt tatsächlich was weißt du jeff das leben eines einfachen schuhverkäufers auf einer raumstation ist wirklich herr muss wirklich herrlich sein kein weib keine kinder und weiß und breit niemand ständig naneten von einem haben will wenn ich nicht arbeiten müsste könnte ich das glatt genießen warum glauben eigentlich alle frauen sie hätten schulgröße 37 und wenn sie im schulgeschäft dann ein haus stellt dass sie die größe 44 haben dann ist natürlich der schulverkäufer dann schuld egal jedenfalls war es eine tolle idee unsere frauen einfach sich selbst zu überlassen uns aus dem stopp zu machen durch ein überaus günstigen super bin ich heute in dem besitz von vier zugangskarten gekommen und ich werde sie zu nutzen wissen hatten wir noch eine da war noch eine ja okay peter it looks like all this isn't babbling nonsense from xerxes xp any longer no shodan now controls the whole station and also xerxes xp the turrets and bots are attacking us not to mention the malfunctions and breakdowns of the protocol droids situation is out of control we need to get away from here as fast as possible even worse all of these escape pods have been destroyed there's only one shuttle left in the shuttle bay so let's grab it before someone else does meet me in one hour at the elevator die geschichte wiederholt sich und ich bin mir ziemlich sicher dass woran damit geht mhm mir fast sicher dass sie sogar die mehr oder weniger dieselbe sequenz noch mitnehmen können wenn man die frauen noch von hinten sieht wirklich ja ähm wohin wo bist du ich wieder weiter oder aus zurück zur disco ich habe übrigens kaum noch panzerbrechende munition die sind zu viele von diesen gegnern ich habe dir doch noch mal eine ganze geben das waren sechs patronen bitte damit kriege ich ein bis zwei davon kaputt okay wo war denn das ding oben hier oben da an der ecke also hoch oh der trifft natürlich auch ja ja dann geh hoch mit dir bin grad da ja hier ist gerade alles möglich mit dem protokoll drehen und roboter und kameras und baa und bäh na ja jetzt hat man gleich aufgenommen und Ich leb hier oben noch. Okay. Es zirbst und quiescht. Ah, man kann den ganzen Instrument ja auch spielen. Alle. Wie das heißt, und haben noch übersehen. Und es ist direkt. Ich hab hier oben ein bisschen aufgeräumt. Mhm. Kommst du mal hoch? Ich bin oben und räum hinter dir, ja. Ja. Ah. Hey, da steht tatsächlich viel Glück. Wo? In der Disco. Wo? Echt? Ja. Zeig, wo. Da. Und innen drin auch noch mal. Hehe. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die in der englischen Version auch auf Deutsch dastehen. Einfach nur, weil es geht. Bestimmt. Spritze, okay. Rote Böhrenraten. Ich hab nur noch zwei Leben. Ich fress einfach alles, was ich jetzt noch im Inventar hab. Gut. Da das alles Sachen, die mir nur ein Leben gegeben haben, hab ich grad 19 Sachen gefressen. Hehe, okay. Hinten. Wee, Jensen. Ja, hier war ich grad schon drin. Mit Duschgel und Shampoo und Shampoo und Shampoo. Zahnpasta. Und Creme. Try Opts. Was? Was? Da ist was draufgeschrieben. Äh. Du stehst voll im... Hör auf den Schraubenschlüssel da reinzudrücken. Anstatt Try Optimum steht da jetzt Try Optium. Jam. Try Opti Jam. Mhm. Wie nice. Oh wei. Ich mag den Humor von den Leuten. Hab ich das schon mal erwähnt? Das sind ja keine Leute. Das ist sie allein. Soweit ich weiß. Das Ding. Ach, okay. Kommt noch. Pam. Pam. Da kam grad noch einer von den Viechern. Ach so.